Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Einen wunderschönen guten Abend, Toffel. Ja, sicher. So ein geiles Spiel. Das müssen wir einfach zocken. Also der erste Teil von dem Spiel fand ich schon sehr cool. Die hat ja eine psychische Störung und so. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist sehr intensiv und mit Kopfhörer der Hammer. Teil 2 soll noch besser sein. So, ich starte einfach mal. Wir können ja dabei noch quatschen. Aber ich bin so gespannt. Oh, bin ich gespannt. Neue Geschichte. Oh, geht direkt los. Zusammenfassung von Teil 1. Okay, gut. Lautstärke müssen wir noch checken. Ähm, nee, das Bild darf frei. Und wenn dann eins von Toffel. Ich wusste es doch. Ich hab da lautstärke gepasst, ne? Die Furies als Teil von ihr selbst. Just like her mother Galena, she was not like other people. Ich hab keinen deutscher Untertitel. Warte mal, kann ich hier überspringen will ich es nicht. Gucken wir gleich nochmal. Immer diese Liebe. Bin ich aufgeregt. Ich bin ein Wartner von ihrem Körper. Aber die Musik von ihrem Vater standen mit ihr. Erinnerst sie von ihrer Kurs. Und wenn die Pläge kamen zu ihrem Land, die Leute verraten Senua. Sie hat ihre Schmutz mit ihr. Sie verraten sich in die Wilde. In die Wilde. So, sie war nicht da, wenn die Northmen massacreden ihre Leute und Dillian sacrificed zu den Gott der Hellen. In einem Welt, in dem die Leute massacreden wurden... Genua's torment war so tief, dass die Welt um sie wegfiel. Sie nahm den Kopf ihrer Lieferung, den Vessel seiner Säule, und versuchte, zu gehen zu Hellen selbst, um ihn zu retten zu retten. Genau. Wie dann ist das Verlust, um ihn zu retten. Sie kämpfte, um den secreten Weg zu finden, die sie zu den ganzen Garten der Hellen. Hellen, ja! Aber die Weg war mit Feuer und Illusion. Senua hatte zu kämpfen mit den Gottes, die diese Weg in diese Weg zu retten, und die Verlust, die sie verletzten, um ihre Meinung zu verletzen und ihre Leben zu verletzen. Und nur Konkwest konnte die Garten, nur Blut, würde sie sich rüttzen. Und nur Blut, würde sie mit Hela bringen, um ihre Gesicht zu rüttzen. Und nur Läu bringen sie von Hela. Hela von Hela? Von Hela? Von Hela? Von Hela? until Dillion's voice led her to the promise of victory. A sword that could kill a god. To win the sword, Senua would drown in her darkest memories, pulling at the shards lodged in flesh, mind and soul. Hmm. Das sind Popcorn-Momente. Das wird das ganze Spiel. Hast du Teil 1 gespielt? Oh, mega spannend. Ich zock doch nicht. Aha. Ei, ei, ei. In Defeat und Desperation Senua begte für ihre Lieblings-Releise. Aber ein Sacrifice muss sich gemacht werden. Also wenn du von Teil 1 nichts kennst, könnten wir das in Betracht ziehen, danach auch noch zu zocken. Ich weiß gar nicht. Also Teil 1 war recht kurz. Ist ja nur ein Indie-Studio. Wie ist das denn mit Teil 2? zwei. Only she could choose out of love to live to live Spielzeit. To go on to take us with her. Sechs mal anderthalb Stunden Ne, eine Stunde Okay, bei meinem Spielstil Sagen wir mal Also gehen wir mal von acht bis neun Stunden Spielzeit aus So, Achtung Ich wollte noch mal ins Menü Untertitel Das ist geil, es geht schon wieder los Zieht Kopfhörer an, Leute Und freut euch auf die Grafik So eine kleine Firma aus Rotterdam Krass Mischel Vielen Dank für dein Follow Mischel Ich bin verwirrt Wer macht denn sowas Okay, es sieht schon mal cool aus Komisch, ne? Mischel Sie hat sich selbst be taken Dragged in Chains To their ships So she can trace the poison to its source Find the heart Und cut it out Stop this labor Ich hab's Green Tearing Warum? Das geht schon mal cool aus Das geht schon mal cool aus Das geht schon mal cool aus Während der Werbung Ein Follow da gelassen Ich hoffe das kein Bot oder so Alone in the dark Alone in the dark Alone in the dark ist aber ein anderes Spiel Also das ist übrigens schon Spielgrafik Da gibt's kein CGI Das ist alles Spielgrafik Was ist denn hier los? Na wenns solls Na, alles gut Spiel ich schon? Das ist gut, Zeus Hast du schon reingeguckt in das Spiel gestern? Geht up Stand up Stand up Oh, you're right Please choose my day Keep him You let him die You let him die like this Don't look anymore No No So close Even when you're pulled by forces dim and vast Fate Can stop you cold Ohohoho Dein elften Steam Ah hier Los geht's So Hallo Selua Sieht schon wieder super aus Melina Jürgens ist die Schauspielerin da Ist tatsächlich eine Deutsche Muss man hier auch wieder Runen suchen Bestimmt, ne? Oh, ich verstehe jetzt so ist Können wir wieder rasieren, ne? We've been to hell before Hell yeah Gutmundur Torvaldsson Unehelicher Bruder von Hurenzson There it is There it is This is only the beginning Climb, Senua You need to climb again She will fall if she does She will die Climb, Senua Climb, Climb Alis, Amar, Hamilton Das schaffst du Das sieht krass aus, ne? Guckt euch mal die die Felsen an Ist das Unreal 5? Ich glaub ja, ne? Also ich blätter da selber hoch, ne? Das ist keine Cutscene Wohlstand Die He Cook Stine Die 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 Diese sie Đ Sie werden uns nicht beginnen können. Wie geht das? Ja, gute Idee, trinken. Er zeigt das eigentlich gar nicht an, ne? Das muss ich auch mal einstellen, dass er die Kanalpunkteinlösungen anzeigt. Also ich erwähne es nochmal, ne? Die hat ne Psychose. Dadurch erlebt die das alles hier. War in Teil 1 schon ziemlich abgefahren. All this way. Just to die among strangers. You... Why did you come back? Did you think you had left her behind? I am almost here. I won't listen to you! Genau. Wie das aussieht, ne? Also das ist schon echt krass. Das ist wirklich krass. Man muss sich mal das Making-of reinziehen. Wie krass das ist. Und wie das in Real-Time aufgenommen wurde. Da gibt's Clips, wie sie auf der Bühne steht. Mit der Kamera auf dem Kopf. Und bewegt sich live in dem Spiel. Das ist einfach viel zu krass. Oh. Wem muss ich helfen? Ja, ja. War dann, ne? Rennen. Naja. Was ist das? Fokus. 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 Hm. SiehWhere. Wie granulovat sieb. Sieh, ich bin immer wetEN. Sieh. Sieh. Sieh, ich gunne ihn nicht. Sieh. Sieh. Was ist das? Sieh. Das ist das Alles. Die Besch gradienten pipes. Ich hoffe, ihr habt Kopfhörer auf. Das ist so geil. Ah ja. Wieder Hohen und Sammeln. Ah ja. Fokus. Was ist da in meinem Kopf heran, was mich kitzelt? Schon wieder. Das ist nichts versteckt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, in Teil 1 gab es da gar nichts. Aber was da krass war, die psychische Belastung des Spielers, wenn man stirbt, dann breitet sich an der rechten Hand, also in Teil 1 war das zumindest so, was Schwarzes aus. Und es geht immer höher und immer höher. Und wenn es... Oder am linken Arm. Ja, aber am linken Arm. Und wenn es das Herz erreicht, dann ist mal PermaDeath. Das hat doch, glaube ich, ein Jahr gedauert oder so, bis es dann rauskam, dass das gar nicht so ist. Dass es einfach nur ist, um den Spieler fertig zu machen. Weil das Ding wächst. Schnell. Hey, schicke Leute. Danke für den Lurks. Wie soll ich denn ihn fighten? Gibt es hier überhaupt weiter? Jetzt muss man halt erst mal rauskriegen, was zu tun ist. Und so muss ich natürlich auch fit werden. Die hängt ja völlig drin. So, können wir jetzt mal hier gucken. Nein, nix. Weiter. Ne, woher auch? Wie sich das Sonnenlicht ändert, wenn der spricht? Geil. Du musst nicht hören. Du wirst ihn nicht hören. Du wirst uns hören. Du wirst den Survivor. Find den Survivor. Er versucht dich zu trinken. Du wirst den Survivors helfen. Du wirst den Survivors helfen. Das ist der Sound, ne? So, kann ich auch rennen. Sprint, ja. Dann. Gut, ganz fit ist er noch nicht. Aber das wird noch kommen. You want to save them? They're already dead. The lost one. Don't listen to him. Listen to us, not him. You have to find a way out. You're a liar. You are lost too. You must find a way out. How can the lost find anyone? Listen to us, listen. You bailed them. Don't listen to him. They are dead. Lucky mother. Shut up. Shut up. I can't shut up. Stop it. Labyrinth, ey. Oh, das geht, aber. Can't you hear them, Senua? Can't you hear, Bess? I can hear them. Hey. Hey. Focus. Let it block you. They are suffering. But I set them free. Simple. You need to find it. It's here. Somewhere. Look for it. Look for the signs. Find the way to respect it. You'll sense when you were close. Your signs are here. If you know where to look. Do you know where to look? alles ist ja geil aus so kann ich doch okay wir müssen das symbol jetzt finden das ja okay wir müssen das so zusammen basteln quasi genau die soße der dunkelheit bratensoße ja